Herzlich Willkommen zurück zu deinem bester Vergleich. In diesem Video werde ich dir die 5 entscheidenden Fehler aufzeigen, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du auf der Suche nach der perfekten Spülmaschine für deine Bedürfnisse bist. Wenn du in Zukunft Zeit, Geld und Nerven sparen möchtest, dann bleib dran, denn dieser Guide ist für dich gemacht. Fangen wir an mit dem ersten Fehler, den viele machen, die falsche Größe wählen. Du möchtest sicherstellen, dass die Spülmaschine perfekt in deine Küche passt und genug Platz für deine Geschirrmengen bietet. Eine zu kleine Spülmaschine wird dich dazu zwingen, mehrere Durchläufe zu machen, während eine zu große unnötig viel Energie und Wasser verbraucht. Achte darauf, die Abmessungen sorgfältig zu überprüfen und die optimale Größe für deine Bedürfnisse auszuwählen. Fehler Nummer 2, den du unbedingt vermeiden solltest, ist die Vernachlässigung der Energieeffizienz. Eine energieeffiziente Spülmaschine ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern sie spart dir auch langfristig bares Geld bei den Stromrechnungen. Achte auf das EU-Energie-Label und wähle eine Maschine mit einer hohen Effizienzklasse. Du wirst erstaunt sein, wie viel du über die Jahre hinweg sparen kannst. Kommen wir zum dritten Fehler, die mangelnde Anpassungsfähigkeit der Innenraumgestaltung. Jeder von uns hat unterschiedlich geformtes und dimensioniertes Geschirr. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Spülmaschine verstellbare Körbe und Klappreihen hat, um Platz für Töpfe, Pfannen und Geschirr in verschiedenen Größen zu bieten. So vermeidest du frustrierende Situationen, in denen wichtige Teile nicht in die Maschine passen. Fehler Nummer 4, den du unbedingt vermeiden solltest, ist das Übersehen der verfügbaren Programme und Funktionen. Moderne Spülmaschinen bieten eine erstaunliche Bandbreite an Optionen, von energiesparendem Programm bis hin zu speziellen Modi für empfindliches Glasgeschirr. Stelle sicher, dass du eine Spülmaschine wählst, die die Programme bietet, die zu deinem Lebensstil passen und dir das bestmögliche Ergebnis liefern. Und last but not least, der fünfte Fehler, den du unbedingt vermeiden musst, die Versuchung aufgrund des Preises Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Eine minderwertige Spülmaschine kann frühzeitig ausfallen und dich mit Reparaturkosten belasten. Investiere lieber in eine hochwertige Marke mit einer soliden Garantie. Qualität zahlt sich auf lange Sicht aus und erspart dir Ärger und Stress. Nun, da du über die 5 häufigsten Fehler beim Kauf einer Spülmaschine informiert bist, hast du die Möglichkeit, diese zu vermeiden und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Denke daran, dass der Kauf einer Spülmaschine eine langfristige Investition ist, die sich auf deine täglichen Aufgaben auswirken kann. Sei klug und investiere in eine hochwertige Spülmaschine, die all deine Anforderungen erfüllt. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Spülmaschinen verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf eines solchen Geräts brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir bei der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.